Was sind also die häufigsten Verhandlungsfehler im Alltag? Ich möchte dir sechs Fehler des intuitiven Verhandelns darstellen. Intuitiv nennt man das deswegen, wenn jemand nicht die Regeln des Verhandelns kennt und aus dem Bauch heraus verhandelt. Fehler Nummer eins, wir erkennen häufig gar nicht, dass wir uns in einer Verhandlungssituation befinden. Und da mein Tipp, dass man jeden Vorschlag, den du machst oder den du bekommst, dass man diesen Vorschlag als Start in eine Verhandlungssituation sieht. Der zweite Fehler des intuitiven Verhandelns ist, dass man falsch kommuniziert, dass man Kommunikationsfehler macht. Zum Beispiel verbale Attacken, die gar nicht beabsichtigt sind, die man aber trotzdem macht, weil man etwas unglücklich formuliert hat. Also beispielsweise der Satz, ja du hast mich da doch völlig falsch verstanden, ist eine verbale Attacke. Das ist ein Angriff. Du hast mich nicht falsch verstanden, also bist du schuld. Richtiger wäre es beispielsweise zu sagen, ja ich habe mich da wahrscheinlich nicht so ganz klar ausgedrückt. Also nicht die Schuld beim anderen suchen, sondern die Schuld bei sich selbst suchen. Kommunikationsfehler und unbewusste Attacken sind also Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer drei ist die selektive Wahrnehmung. Und zwar nehmen wir häufig nicht alle Dinge wahr, sondern wir nehmen Dinge nur selektiv wahr. Vor allem die Dinge, die uns nützen und die wir gut finden, die bemerken wir. Und Dinge, die uns nicht nützen, die bemerken wir nicht. Und da ist das Beispiel, wenn man merkt, der andere schaut plötzlich häufiger weg während der Verhandlung. Oder der andere wackelt mit den Füßen oder kratzt sich am Kopf. Also bestimmte Dinge, wo man eigentlich erkennen könnte, jemand fühlt sich nicht so wohl in seiner Position, in seiner Haut. Das bemerken viele von uns nicht. Und viele von uns machen einfach weiter in ihrem Text und machen da keinen Halt und sagen, hey, einen kurzen Moment, was hast du dazu zu sagen? Natürlich nicht in diesem Stil. Also wenn man eine sachliche Verhandlung hat, kann man nicht sagen, hey, was ist denn los mit dir? Sondern, dass man einfach sachlich aufhört zu sprechen und eine Frage stellt und sagt, wie der andere Verhandlungspartner die Situation gerade so sieht. Also die Wahrnehmung zu schärfen für die Körpersprache und für die Stimmveränderung des anderen. Verhandlungsfehler Nummer 4 im Alltag ist, dass man nur auf die Position schaut und nicht das Interesse und die Motivation des anderen beachtet. Und dann kommt so eine Basar-Mentalität zustande, dass man sagt, 15 Euro, nein, 20 Euro, nein, 15 Euro, nein, 20 Euro. Und man fragt sich gar nicht, warum jemand 15 Euro zahlen will oder warum jemand 20 Euro verlangen will. Und diese Fähigkeit nicht nur auf die Position, also auf das Gesagte zu schauen, sondern auch auf die Motivation hinter dem, was gesagt wird, das wirst du näher kennenlernen in dem nächsten Abschnitt, die 10 Grundregeln des Verhandelns. Der fünfte häufige Fehler ist die wenige Vorbereitung. Wenn wir im Alltag verhandeln und sei es am nächsten Tag im Büro, dass wir irgendwo hingeschickt werden von unserem Chef oder dass wir vielleicht mit den Mitarbeitern in einem Meeting irgendwas verhandeln wollen, dass die Menschen sich darauf nicht vorbereiten. Sie sagen sich, ja, ja, ich komme da schon spontan drauf, das wird schon irgendwie laufen. Und man weiß aus vielen Studien, dass die Leute, die sich gut zu Hause vorbereiten, die Leute, die viele Alternativen entwickeln, die Leute, die die Einwände vorbereiten, die Leute, die sich überlegen, was mache ich eigentlich, wenn der andere dies oder jenes sagt, das sind die Leute, die häufiger zum Abschluss kommen. Das heißt, die mangelnde Vorbereitung ist häufig ein Fehler, den wir im Alltag beim Verhandeln begehen. Und schließlich der sechste Verhandlungsfehler im Alltag, das ist der Mythos vom Nullsummenspiel. Das ist diese Vorstellung, dass es einen festen Kuchen gibt und diesen Kuchen, den muss man verteilen in einer Verhandlung. Und immer dann, wenn der andere für sich ein Kuchenstück beansprucht, heißt das, habe ich dieses Kuchenstück weniger. Also Nullsummenspiel bedeutet, wenn der andere gewinnt, verliere ich und wenn ich gewinne, verliert der andere. Und häufig kann man in Verhandlungen auch Win-Win-Situationen schaffen, positiv kreieren und den Kuchen vergrößern. Also nicht nur daran zu denken, dass es einen fixen Kuchen gibt, sondern dass es etwas gibt, wovon beide profitieren könnten. Also jetzt kennst du die sechs intuitiven Fehler des Verhandelns im Alltag. Und wie gesagt, diese Verhandlungsfehler, die sind nicht schlimm. Die machen die meisten Menschen, die sich nicht mit Verhandeln beschäftigt haben. Und wenn ich ehrlich bin, ziemlich wenige Menschen haben sich aktiv mit Verhandlungstheorie beschäftigt. Und denen entgehen natürlich ganz viele Chancen. Und wenn espipe, die sind nicht nur so viel, viel sieheben. Vielen Dank.